Hallo Topio Leute, hier ist Timo Hampel. Ich habe eine Frage. Eigentlich von das in Deutschlands und das in Welt. Können wir was ändern? Beispiel mal Habschuhabschluss, Hitlerreifes und Abitur vor der Behinderung einführen könnten. Und das ist wirklich eine neue Herausforderung von Grisomie 21, so was machen kann. Ich lehre, trage Habschuhabschluss nachholen und für was in anderen Grisomie 21 auch so was machen kann. Die Kapuzonenhorstwesos sich einfügen und ich will gerne das einfügen werden. Und ich will gerne Habschuhabschluss, Mittelreifes und Abitur, die auch Behinderungen machen kann. Ich finde, das muss man in die Sätze von Deutschlands in der Seite. Ist es das Dude? Ich finde, meine Seite ist man Dude und die auch machen kann. Ich wünsche euch einen schönen Tag von Timo Hampel. Ich wünsche euch einen schönen Tag von Timo Hampel.